So meine Damen und Herren willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von natürlich Männer Support hier bei World of Warships wieder in unserem 2 Match heute mit Novik um 425 So habe ich mir den Novik, ein sowitscher Kreuzer der Klasse 2, genau ihr seht was er drauf hat ungefähr wird jetzt vielleicht die 25 Meilen schaffen, äh 25 Meilen, das haben wir letzt mal ausgerechnet sind glaube ich so gewesen, die 30, 50 waren das, 40 Kamerad glaube ich, werden es glaube ich gewesen sein ungefähr. Wir sind eigentlich, wenn man so nimmt, von allen anderen gegnerischen Schiffen die schlechtesten und wenn man davon ausgeht, dass wir hier vor uns unsere anderen Schiffen verloren haben, ist das eine sehr deprimierende Map, das war die erste Runde, die ich nach langer, langer Zeit mal wieder gespielt habe, vorher entdeckten Herren, kann man mal losschießen. Das ist natürlich, ihr wer greift mich an? Bist du hier bei der kleinen, der mich angreift? Ja, ist das scheiße, ihr greift mich jeder an. schießt junge doch gesehen dass sie noch fertig war das wird eine kurze runde eine sehr kurze die primären runde müssen zwar stecken wir müssen zu stecken müssen zu stecken warum fahre ich in die richtung ich wollte auch da noch nicht lang wo bin ich hier drehen da ist das große ding wir gehen wieder auf die h e über wie schnell können wir jetzt zurückfahren sicherlich nie schnell genug aber wir sind gleich dort ich hoffe jedenfalls dass ich hier gehen irgendwie ein bisschen schaden zufüllen kann treffen die zitadelle ne im brand gesteckt nur in klammern nur ne das war's ich habe es aber im brand gesteckt mal wieder und das war's eine sehr schnelle runde so zu einer neuen runde ist dahin was explodiert das ist ein luftschiff ok sagt einiges aber nicht warum wir hier wieder auf der map sind oh ich hasse die srp sind mit dem v25 unterwegs fucking was wie was wie wo was wie schnell kann der fahren wir haben in zweifel uns waren ja als gegner unterwegs sind das nicht alles bots die mit diesen doppelpunkten wenn ja dann haben wir sehr oft gegen bots glaube ich verloren was haben wir hier alles wir haben eine h wir haben eine rp wir haben ähm torpedos wir haben feuerwäscher wir könnten uns retten wenn wir einbruch haben wir könnten schneller fahren da vor uns schon zweimal aufgeklärt also der lädt sehr sehr schnell nach auch wenn wir plus 6000 punkt haben oder hp hier muss es sehr schnell gehen mit ihm oh oh ja also hier schauen wir auch nicht das wird eine schnelle runde eine schnelle kurze leider das sind gute punkte das sind sehr gute punkte zerstört wo ha ha das war natürlich das war eine gute runde würde ich sagen Treffe ich den überhaupt? Drehen, 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 drehen. Wir sind schon sehr schnell unterwegs, wir müssen auch relativ schnell immer wieder schießen, es wird schon schnell in aller Zeit, wir müssen schnell schießen, schnell switchen, wir bleiben jetzt mal in der Außenperspektive, so können wir reparieren. Ich glaube mal nicht, dass ich das jetzt überlebe hier. Scheiße. Ich bin dort. Ich bin dort. Aber trotzdem 4.30 Punkte. Und ein paar sind trotzdem zerstört, wir haben gerade mal einen zerstört, einen relativ gut zerstört. Fünf machte ich mit dem Torpedo. Gar nicht mehr so schlecht. Was ist das schon heute, Leute? Mensch, das war ne schnelle Runde. Wir gehen zurück zum Häfchen. Und guck mal klein mal. Ich will mal am nächstes Mal treffen. Ich glaube da waren zwei Deutsche. Ne, die Dresden, die Black Swan. Einmal ein Kreuzer Stufe 2 und ein Kreuzer Stufe 1 sogar noch. Können wir bei denen nichts ändern? Wir gehen an Forschung. Und Black Swan. Können wir den nicht schon kaufen? Ne, Schüsse B. Wir haben hier keine. Hm. Na gut, da muss man jetzt mal ein paar München holen. Und dann Black Swan. Bis zum nächsten Mal. Sagt der Menzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.